Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Speed Art. Und zwar habe ich zu 800 Abonnenten eine kleine Sache für euch. Und zwar möchte ich ein kleines Massen-Dual starten. Und zwar sind in der Beschreibung die Render und nochmal der Twitter-Post, wo nochmal alles steht. Dort sind auch nochmal die Render und eben mein Wallpaper, den ich gemacht habe, verlinkt. Könnt ihr euch ungefähr an dem so orientieren. Ich möchte, dass ihr mehr ein Wallpaper macht. Ihr könnt das, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Und derjenige, der den besten Wallpaper macht, ich werde dir dann in einem Video vorstellen. Also die 10 besten, wenn es überhaupt 10 einzelnen sind. Und dann werde ich eben einfach den besten raussuchen, der mir am besten gefällt. Und der auch der beste ist. Ihr könnt ja auch mal, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ob ich da ein YouTube-Servoting oder so mache. Ihr könnt ja dann, vielleicht mache ich da mal eine Infocard und sage da mal, welchen ihr am besten fandet. Und der Gewinner bekommt dann eine PaySafe-Card. Das wird dann etwa 5 Euro sein. Und ich hoffe, ich kann euch damit so ein bisschen was zurückgeben. Vielen Dank nochmal für 800 Abonnenten. Und ich sage jetzt, ich hoffe mal, genießt das Speed Art. Bis zum nächsten Mal. Musik Oh, I just stand from up above I feel it goes into my breath Life is a dream, you're not above Too late to start coming My picture rings on me, rings on me When I was so heavy Pour on a symphony When I'm low, 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 low Got a feeling drunk and high So high, so high Oh, I, oh, I, not feeling drunk and high So high, so high Ja, ja, ja.